Was haben wir heute für Aufgaben? Was für gewaltige Werke bauen wir? Wir bauen heute die schönsten Straßen, gewaltige Anlagen, industrielle Art, Neuerfindungen haben wir gemacht. Ungeheure Wohnhauskolonien, sie werden entstehen und sind bereits entstanden. Was wird nicht überall gearbeitet, auf allen Gebieten? Wir haben bewiesen in diesen drei Jahren, dass wir ein Volk sind, das bestehen kann vor den anderen. Und darum bitte ich dich nun, deutsches Volk, darüber gib nun dein Urteil ab.